Bauen wir eine Sandburg! Erst tust du Sand in den Eimer. Dreh den Eimer um und heb ihn dann hoch. Tada! Und jetzt darfst du sie einreißen. Ich liebe Sandburgen. Gehen wir schwimmen! Warte einen Moment. So könnt ihr nicht gehen. Oh, okay. Hey! Wer kämpft? Haus der Großeltern Das ist das Haus von Oma und Opa Wutz. Peppa hat hier immer sehr viel Spaß. Polly Piepmatz macht alles nach, was du tust. Spring doch mal! Oder mach einen Ton. Gucken wir hier drüben, gehen wir hier lang! Na, Haus der? Das ist mein Papa Gehen wir ihm Hallo sagen? Hallo, Peppa Ich sehe, du hast Besuch Was machst du da, Schorsch? Sausia Mr. Kartoffel Peppa mag Mr. Kartoffel Du auch? Super Kartoffel Er hat die Gemüsekraft Warst du schon in der Kartoffeltraumstadt? Ich will unbedingt hin Das ist mein Zimmer Magst du es? Ich habe einen Korb mit Spielsachen Lass uns doch Oma und Opa besuchen Ihr Haus ist gleich da vorne Wir gehen einfach hier weiter Haus der Großeltern Das ist das Haus von Oma und Opa Opa ist immer im Garten Und Oma kümmert sich um die Hühner Das ist das Haus von Oma und Opa Wutz Peppa hat hier immer sehr viel Spaß Oh, hallo Kinder Habt ihr Spaß? Ja, Opa Wir haben ganz viel Spaß Ich habe mich gefragt Mögt ihr Flugzeuge? Oh, ja Fantastisch Dann kommt doch mal mit Alles klar Wo gehen wir hin, Opa? Das seht ihr gleich Nur Geduld Da sind wir Wartet bitte eine Sekunde hier Ach je Wo hab ich's denn? Aha Hier ist es Uh Was ist das, Opa? Ein Modellflugzeug Schaut Wow Opa Wutz hat ein Modellflugzeug gebaut Warum dreht er nicht einen Looping? Oder wie wäre ein Flug ums Haus? Hui Was war das? Oh Landen ist etwas schwierig Das ist das tollste Modellflugzeug auf der ganzen Welt Dankeschön, Peppa Peppa und Opa lieben Modellflugzeuge Alle lieben Modellflugzeuge Hallo Kinder Seid ihr hier, um nach den Hühnern zu sehen? Geht es denen gut, Oma Wutz? Mehr als gut, Peppa Weil ihr beiden die Hühner zurück in den Stall gebracht habt Konnten sie ihre Eier ausbrüten Und jetzt haben wir kleine Küken Kleine Küken? Ja Wollt ihr sie mal sehen? Oh ja, bitte, Oma Zeig uns die Küken Schaut einfach selbst nach Sie schlafen in ihrem kleinen Häuschen Nur zu I'm a little chick singing Was sollen wir jetzt tun? Was sollen wir jetzt tun? Gucken wir hier drüben? Gehen wir hier lang! Polly Piepmatz macht alles nach, was du tust. Spring doch mal. Oder mach einen Ton. Oh nein! Pollys Futternapf ist leer. Sie hat bestimmt Hunger. Lass uns etwas Futter suchen und den Napf auffüllen. Schau mal, Polly. Wir haben Futter für dich. Damit du Kraft zum Sprengen und Piepsen hast. Ah! Das schmeckt toll! Da, was denn? Ja… Auld然 das jetzt ist immer gut. Der Unstern. Wenn euch das zu sparen, muss ich auch sehen. Die Unstern. Unstern. Vor kurzem ich euch noch zu sparen, dass ich, wenn ich hier bitte bin, wenn ich sie vor bin. Aulde cheese und zu sparen, dass ich auch mit diesem Sparen gewinnen. Bleib gel agiert. Ab thirty mal, bis zu sparen. Das war's für heute. Der Wald Hallöchen! Ihr zwei scheint ja jede Menge Spaß zu haben! Uh, ein Schmetterling! Ist der hübsch! Komm, folgen wir ihm! Oh je, hier liegt überall Müll! Vielleicht kannst du mit Peppa den Wald aufräumen! Oh nein! Da liegt Müll auf dem Boden! Tun wir ihn in den Mülleimer! Ich hab was! Ich hab's! Ich hab's! Untertitelung des ZDF, 2020 Gut gemacht. Wenn alle mithelfen, ist der Wald im Nu sauber. Wer hat diese Spur hinterlassen? Lass uns ihr folgen und es rausfinden. Vielleicht Insekten? Was glaubst du? Kann es ein Vogel sein? Wow! Ameisen! Hast du das Tier erraten? Mama und Papa Wutz und Schorsch möchten im Wald ein schönes Picknick machen. Was für ein herrlicher Tag für ein Picknick im Wald. Kommt, suchen wir einen schönen Ort zum Hinsetzen und Essen. Warum gehen wir nicht dort lang? Dieser Ort sieht doch passend aus, nicht? Gibst du mir den Korb, Papa Wutz? Oh, ähm, ja, natürlich. Was ist los, Papa Wutz? Dein Gesicht ist ja ganz rot. Ich, ähm, glaube, ich habe den Picknickkorb im Auto vergessen. Oh nein, dann müssen wir zurückgehen und ihn holen. Könnten du und Peppa vielleicht zum Auto gehen und den Korb holen? Na klar, Mama. Wir sind gleich wieder da. Papa Wutz hat den Picknickkorb im Auto vergessen. Ihr sollt zurückgehen und ihn holen. Gehen wir zurück zum Auto und holen den Picknickkorb. Hier ist der Korb. Er duftet köstlich. Ach, danke, ihr zwei. Dann wollen wir uns mal setzen. Ups, ich habe wohl etwas Hunger. Gut gemacht. Ihr habt den Korb geholt und Peppers Familie kann nun ein leckeres Picknick im Wald genießen. Das kommt hier hin, das da hin und voilà. Diese Brote sind so lecker, Papa Wutz. Ja, Papa. Ach, danke schön. Und? Schmecken sie dir auch? Was war das? Enten. Was macht ihr denn hier? Habt ihr auch Hunger? Mama? Mama? Können wir sie füttern? Wir könnten, aber wir haben nur noch Papas Brot übrig. Oh. Papa, Papa. Wir müssen ihnen etwas geben. Oh, kein Problem. Hier, liebe Enten. Ich bin satt. Immerhin, eine von uns ist satt. Ach, Papa. Du wirst doch immer satt. Was für ein schöner Ort zum Zelten. Ah, Peppa. Wie ich sehe, seid ihr beiden auch schon da. Hallo, Peppa. Hallo, Peppers Freund. Hallo allerseits. Kinder, Kinder. Jetzt, da wir hier sind, schlagen wir die Zelte auf. Und jemand muss Stöckchen für das Lagerfeuer sammeln. Wir machen das, Madame Gazelle. Wir sammeln Stöcke. Madame Gazelle hat dich gebeten, Stöckchen zu sammeln, mit denen sie ein Lagerfeuer machen kann. Hilft Peppa, genug für das Feuer zu sammeln. Stöckchen, Stöckchen, Stöckchen. Wir brauchen ganz viele Stöckchen. Ich hab was. Ich hab was.